Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von GateToTheGames zum ersten Mal mit dem neuen Format, mit dem neuen Pokémon Format zumindest das erste Mal, ähm, PimpMyThemendeck, ja ich muss noch an dem Intro arbeiten, ich merke das. Ähm, ich hatte euch ja schon in den Livestreams letztens gesagt, dass ich gerne mal die Themendecks, die wir immer so bekommen von Pokémon, auseinandernehmen würde und mal gucken würde, was vielleicht bessere Alternativen in den Themendecks wären und gerade bei den aktuellen Decks von Mewtwo und Seraora ist es uns aufgefallen im Stream, dass man, ähm, keine richtige Konsistenz in den Decks hat, was den Angriff angeht. Also, die Decks sind alle nicht schlecht, also gerade jetzt die letzten seit, ähm, Teams sind Trumpf, sind die Themendecks echt gut und gerade Totok und Glorak waren sehr, sehr gut, auch mit Seraora und mit Mewtwo fehlt so ein bisschen, ähm, dieser permanente Druck zum Angreifen, den man aufbauen sollte und da ist uns dann die, die kommt im Livestream übrigens, ähm, vielleicht mal ein Format aufzubauen, ähm, mit dem Namen PimpMyThemendeck und mal die, äh, die Themendecks zu nehmen und einfach mal zu gucken, was man vielleicht austauschen könnte, was vielleicht nicht so gut wäre, und ich habe das ja schon immer in meinen Themendeck Openings gesagt, was ich vielleicht rauspacken würde und das habe ich getan mit dem Mewtwo-Themendeck in dieser Folge und mit dem Seraora-Themendeck in der nächsten Folge und ich werde mir auch noch Totok und Glorak, ähm, unter den Nagel reißen und die nochmal auseinander nehmen und ich kann euch jetzt schon mal sagen, was auf jeden Fall rausgeflogen ist. rausgeflogen sind, Flampion und Flampivian, ähm, Mautzi ist rausgeflogen, wir haben Flamia und Mizuno reduziert, Mollung und Amphira sind rausgeflogen, genauso wie Totonator, ähm, ansonsten ist Tali rausgeflogen, genauso wie Lebele. Ja, ähm, das sind so die größten Veränderungen da drin und ich habe sie einfach durch Sachen ausgetauscht, ähm, die, wie ich finde, in den Themendeck weit auf besser passen. Ich habe auch relativ neue Karten genommen und ich werde dieses Format, ähm, ich soll es sagen, mit der Prämisse aufbauen, dass wir nicht unbedingt Jax-Karten in den Themendecks haben müssen, schon allein, um euch den Kostenfaktor etwas zu reduzieren. Ich habe im Zerroa-Themendeck eine Jax-Karte eingebaut, weil sie praktisch ist für das Themendeck oder für dieses Deck dann, ähm, weil das eine Fähigkeit hat, die wir brauchen, aber hier dieses Themendeck, ähm, wird komplett ohne Jax-Karten auskommen, so wie ich es, ähm, umgebaut habe und mache jetzt einen ganz kurzen Cut und ich zeige euch dann aufgesplittet, wie das Themendeck nach meinem PIM-Versuch aussieht. So, liebe Jungs und liebe Mädels, das ist nun das gepimpte Themendeck. Warum ist das so? Nun, ich erkläre es euch mal, ähm, ich habe auf jeden Fall drin gelassen Flamjau und Mitzunder, da Mitzunder in diesem Themendeck ein ziemlich gutes Support-Pokémon ist, also Mitzunder, Flamjau und Fueko, Entschuldigung, ähm, denn der starke Zuspruch mit, also die Fähigkeit starke Zuspruch, mit, äh, der ihr 30 Schadenspunkte mehr zufügt, ähm, ist schon mal nicht schlecht. Wenn man da noch bedenkt, dass wir mit Flammenwurf, äh, insgesamt 120 Schaden machen, für zweimal Energie ist das schon echt gut, lege eine Energie von diesem Pokémon auf den Alpagastapel, ist kein Problem. Warum? Da kommen wir zum nächsten Pokémon, was sich, wie ich finde, weitaus besser in diesem Themendeck macht, als ein Mollung und ein Vierer, als ein, ähm, na, was haben wir noch drin, Flampivion, und, ja, das ist einfach Fulcano und Akani. Fulcano können wir einfach mal außer Acht lassen, das brauchen wir nicht so wirklich, aber Akani, ähm, ist sehr, sehr gut, denn die gewaltige Flamme hat eine sehr, sehr gute Fähigkeit. Und, ähm, lege zwei Energiekarten aus dem Alpagastapel an eins deiner Pokémon auf deiner Bank an. Das heißt praktisch, ihr könnt mit Fuegro Energiekarten verbrennen und holt dann mit Akani, ähm, die Energiekarten wieder zurück. Ihr braucht dreimal Vollenergie, macht 120 Schaden. Achtung, plus die Fähigkeit von Fuegro, das heißt dreimal Vollenergie, sind 150 Schaden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, 140 KP, ist auch sehr solide. Cooles Artwork, Akani, mega geiles Pokémon, kann ich immer noch empfehlen. Ähm, Hitze-Tackle würde ich eher weniger nehmen. Vielleicht, wenn es wirklich eng wird zum Finischen und ihr habt gerade so ein Akani, was fast down geht, okay, YOLO. Aber, das hier ist schon, ähm, ein ziemlich gutes Pokémon, finde ich, viel besser als Ampira und Flampivion. Und deswegen haben wir Akani als angreifendes Support-Pokémon mit dabei. Ähm, des Weiteren habe ich mich dazu entschieden, Coplusio zu nehmen. Ihr könnt Coplusio auch als GX-Karte benutzen, das geht auch. Ähm, aber was hier ziemlich, ziemlich cool ist, ist der Feuerball-Zirkus mit dreimal Vollenergie und 50 Schaden. Lege bitte, bitte, viele Vollenergiekarten aus deiner Hand auf der Alpagastapel. Diesmal fügt 50 Schadenspunkte mal der Anzahl der auf diese Weise auf der Alpagastapel gelegten Karten zu. Das heißt, Coplusio ist im besten Fall, wenn ihr es soweit aufgebaut habt und ihr könnt es reinholen, ein ziemlich, ziemlich gutes Powerhouse, mit dem ihr ordentlich Feuerkarten verbrennen könnt. Und wenn ein Coplusio irgendwann down geht, habt ihr immer noch die Option, mit Akani einfach die Vollenergiekarten, die ihr auf dem Ablagastapel gelegt habt, immer wieder reinzuholen, immer wieder anzulegen. Alles kein Problem. Als nächstes habe ich noch Vulcanion mit drin. Ähm, Feuerflasch, untersuche dein Deck nach einer Vollenergiekarte und lege sie an einzelne Pokémon an. Wenn du als zweiter am Zug bist, ist der nachher Zug ist, untersuche dein Deck stattdessen nach bis zu drei Vollenergiekarten und lege sie beliebig an deine Pokémon an. Mische anschließend dein Deck. Und der starke Hitzestoß, wenn du mindestens vier Vollenergien im Spiel hast, füge deshalb wieder 60 Schadenspunkte mehr zu. Das heißt, wir haben 50 plus 30, das wären 80 Schaden mit zweimal Vollenergie. Und 110 plus 30 sind 140 Schaden mit zweimal Vollenergie. Plus, also die Fähigkeit von Freak, das war dazu gerechnet. Und finde ich ziemlich, ziemlich gut und kann man auf jeden Fall mit reinpacken. Ansonsten haben wir Mewtwo mit dabei. Ähm, hatten wir auch schon das letzte Mal mit dabei. Ist ja das Teamdeck-Pokémon, deswegen habe ich es auch drin gelassen. Deswegen muss es auch drin bleiben, wie ich finde. Und weil wir halt so wenig Psyche-Pokémon am Start haben und mir X-Bud ziemlich gut gefällt, habe ich mir überlegt, einfach noch Zubat und X-Bud mit reinzupacken. Zubat lassen wir mal außer Acht. Aber X-Bud ist ziemlich cool. Schallschleuer, wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um einzelne Pokémon während deines Zuges zu entwickeln, kannst du bis zum Ende des nächsten Zuges deines Gegners alle Effekte von Attacken deines Gegners, einzelne Schaden, die diesem Pokémon zugefügt werden, verhindern. Das heißt, ihr bekommt schon mal keinen Schaden. Und pures Gift mit 3x Vollenergie, 60 Schaden. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. Lege zwischen den Zügen 4 Schadensmarkenanschläge von einer auf jenes Pokémon. Das heißt, ihr habt hier mit 3x Vollenergie, 60 Schaden, die Fähigkeit von Vueko, 90 Schaden plus 4 Schadensmarken. Das sind insgesamt 130 Schaden. Und jede Runde 4 Schadensmarken ist echt nicht schlecht. Und ja, wie ich finde, ziemlich, ziemlich cool. Macht sich eigentlich ganz gut im Deck. Ich wollte halt unbedingt noch ein Psycho-Pokémon drin haben. Ich finde es halt schade, wenn das ein Voller-Psycho-Deck ist und da ist nur Voller-Pokémon drin und ein Psycho-Pokémon. Ist nicht so geil, deswegen Super-X-Bud. Und das sind die Pokémon, die wir jetzt hier drin haben. An Trainerkarten sieht es wie folgt aus. Wir spielen den Feuerkraftsteil. Nein, nimm 3 Energiekarten aus der Arbeitsstapel auf deine Hand. Macht sich ziemlich gut. Wir erinnern uns mit Coplosio zusammen. Denn da können wir immer wieder die Energie, die wir auf die Hand nehmen, verbrennen. Perfekt. Oder wir legen sie halt neu an. Der Hyperball ist auch ganz, ganz wichtig. Lege 2 Karten von deiner Hand auf deine Appelgestapel. Wenn du keine 2 Karten hast, kannst du diese Karten nicht benutzen. Besuche dein Deck nach einem Pokémon. Zeige es dem Gegner und nimm es auf deine Hand. Mische anschließend dein Deck. Ist ziemlich, ziemlich gut. Gerade wenn ihr Vueko braucht. Gerade wenn ihr X-Bud braucht. Macht sich das doch schon sehr, sehr gut. Wir haben das Sonnebepunkt. Ganz einfach, um die Zwischenstufe zwischen Flamia und Vueko und Zubat und X-Bud zu überbrücken. Das heißt, ihr könnt direkt mit dem Sonnebepunkt aus Flamia und Vueko machen und aus Zubat und X-Bud. Ganz einfach erklärt. Bromlay haben wir drin zum Tauschen. Das heißt, ihr könnt eure Gegenpart zu zwingen, ein Pokémon auszutauschen. Und wir tauschen ebenfalls unsere Pokémon aus. Haben wir zusammen dabei. 4x Synthia ist einfach mit die beste Supportkarte. Dazu kommen noch 4x Lily. Ist auch mit die beste Supportkarte derzeit. Also Lily und Synthia kannst du eigentlich in jedem Deck spielen. Genauso wie Bromlay ist auch sehr, sehr gut. Und noch 4 Schweißer. Lege bis zu 2 Feuerenergiekarten aus deiner Hand an einzelner Pokémon an. Wenn du das machst, ziehe 3 Karten. Wir haben also aus einem relativ gemächlichen Deck, was den Angriff eher in den Hintergrund gerückt hat. Ich fand, das Deck kam zu langsam zum Laufen. Bis wir wirklich angreifen konnten, kam das Deck zu langsam in Fahrt. Und wir haben jetzt aus diesem relativ gemächlichen Deck mit 4 Lilys, 4 Schweißern und 4 Synthia ein sehr, sehr zu kräftiges Deck gebaut. Und gerade in Verbindung von der Fähigkeit des Fuegros, die echt gut ist, by the way, können wir mit den Foller-Pokémon massiven Schaden auszahlen. Wir können sogar mit Mewtwo massiven Schaden auszahlen. Die Mewtwo mit einmal Psycho, zweimal Phoblos macht auch 100 Schaden. Also auch nicht schlecht. Und extra dazu die Vergiftung, die dann immer mitgreift nach jeder Runde. Ich finde, es ist vielleicht das perfekte Deck. Es ist auch schwer aus dem Themen-Deck wirklich ein perfektes Deck rauszubauen. Aber ich finde, es sollte eigentlich vom Angriff her jetzt weit auszügiger in Fahrt kommen. Es sollte mehr Damage machen können. Es sollte Gegner schneller finishen können. Und ja, ich finde halt Fuegros in dem Themen-Deck echt gut. Eigentlich hätte es Fuegros in dem Themen-Deck sein sollen. Und gerade jetzt mit den Support-Four-Pokémon und Coplusio und Vulcanion könnt ihr euch vorstellen, dass man mit dem Deck jetzt so wie es ist, einige Siege einfahren könnte. Ich werde euch die komplette Deckliste unten in der Beschreibung reinkopieren. Also könnt ihr euch das Themen-Deck oder dieses verbesserte Themen-Deck, wenn ihr es einfach mal, auch so nachbauen, wie ihr es haben möchtet. Das wäre zumindest 17 Feuerenergien und 2 Psychoenergien. Eventuell könnte man die noch ein bisschen nach unten setzen. Eventuell könnte man noch Wahlbänder mit einbauen, wenn man weniger Energie reinbauen will. Wäre auch noch eine Option. Oder vielleicht einen Schweißer rausnehmen, eine Lilly rausnehmen und eine Sünde rausnehmen und dafür Wahlbänder reinpacken, um halt noch mehr Schaden zu machen. Wären alles Optionen. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Schreibt auf jeden Fall bitte in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet. Und was ihr von diesem Deck haltet, wie jetzt sowas umgebaut ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Pimp my Team Deck. Und ja, ansonsten lasst ein Like da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.